Klicken Sie das Hyperlink-Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Hyperlink. Tippen Sie die Internetadresse in das Feld ein. Wechseln Sie in den Präsentationsmodus und testen Sie den Hyperlink. Um den Hyperlink zu löschen, klicken Sie das Hyperlink-Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Entfernen. 결국 den Hyperlink-Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Entfernen. Wechseln Sie das Hyperlink-Objekt und das Herz auf der rechten Maustaste an und wählen Sie das Hyperlink-Objekt. Dann wenn Sie die ähre, doch noch einiger Objekt, dann geht es um Nachmittag auf der rechten Maustaste anbauten. Und jetzt können Sie das Hyperlink-Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen,